man offline herausfinden bestimmt wenn wir da müssen ja oder so halt macht keinen sinn das wäre ein hammer gegeben das ist ganz freundlich hopper hast du aber noch nicht gemacht hopper hast du noch nicht gemacht auch wieder dämlich dinge es hat natürlich von deborah den hammer kann man natürlich nur steiner werden ist doch klärchen ich habe schon gedacht dass der kann aber schon drei mal drei sowie ja das so da war eben nur stein und jetzt kennen kann er offen ist automatisiert allerdings als kann zum beispiel hat es doch gar nicht der brennt durch kommen so 10 er hätte schon so war das zugleich nur im blösel 3 das beste die eisen die eisen kopp für den kann noch keine kopp für den drei ich bin ich damit zweis hat er will sich aber drei braucht auch lang aber ihr meint das bestellt drei mal drei kann keine Diamanten abbaus mit von Scheiß das minimale wenn die Momente machen kann normalerweise bei der Mentie also mehr das Verlager mit dem Hammer ein Mast wie das halt und diesen Nickel Zeugs und wollen wir uns wenn ich in den Schaut sehr merkt das wird für die Steine auszuziehen merklich um mich jetzt gebollt hier aber macht die rote aus b aus ich habe harten steig aber können es auf die kastkostock auch spezialisieren können wer auch mal durchaus vielleicht vorteilhaft auf 10 lauf nur rum immerhin wir haben heute schon sehr viel geschafft wir haben ein haus gebaut wir haben erste maschinen wir haben also viel aber nichts alles gleichzeitig nichts ja man hat nicht vergessen es dauert hat bis man was hat gern meistens macht man das eine ist halt nie auf so er hat man nie Zeit es hat der Punkt wir haben ja gesagt wir wollen was alles aufnehmen für die Leute die es nicht unbedingt interessiert sie können ja zum Glück vorspulen außer sie warten auf die nächste Folge muss man leistet er dann muss ich sie auch anschauen aber erst im Dezember was? also du leistet mir ja ich möchte das nicht auf Boden nehmen gib mir meine Sachen zurück Kupfer Kupfer mit Kupfer baut geht nicht das ist nochmal cool kann man mit Kupfer haben aber Kupfer wieder eine nächste Epidemien von hier Silber fischen ja Kupfer Kupfer haben wir wieder vier Gäste erinnert mich an andere Staffeln wo Dauern mal Kupfer war oder Titanium andere Staffeln lang her dass wir Minecraft gespielt haben Mai sehr lange her ja Giga mega lange her nicht Mai was glaube ich denn März was holy shit was aber nicht ganz stimmt nur da haben wir halt gemeinsam gespielt ja kannst du nicht abbauen das ach Hilfe wir fassen dich schon wieder verfolgen mich dann ist ja gut verschwinde weg von mir bald kein Essen du ein Brot was brauchst du ein Brot keine Ahnung zu fressen wäre schon nicht ja warum hast du nix mitgenommen ne gott du willst in der wilde nicht sterben das muss man einfach vier Gäste benutzen also stimmt wir haben einen Biokorb da können wir ja alles wegwerfen kann ich mal cobblestone und gwebbel und nochmal cobblestone dann haben wir wieder Platz in dem Metall ja gott was ist eigentlich unser nächstes größeres Ziel dann mal genau haben wir eine Erzverdopplung wir haben Schmelzofen ja vielleicht alles mal ein bisschen automatisieren oder ohren die automatisieren ja so könnte man das bezeichnen wenn das was wir jetzt haben ist ja nicht notbedürftig hä es läuft doch schon und vor allem bräuchten wir auch mal was was alles pulverisieren kann ja das ist natürlich nebensache ja die Frage ist ob man das nicht mit Dinkas Schmelze machen den geautomatisieren schon das wäre natürlich auch möglich der Futter ist das wir halt nicht zwei Maschinen brauchen Nachteil du kannst dich alles mögliche durcheinander schmeißen ja das könnte man ja könnte man ja zwei Schmelzen bauen und dann ein bisschen ausfiltern verdrückt im System ja schon ein bisschen ausfiltern dass du Kupfer und Zinn separat machst in jeder Schmelze und Eisen kannst du dann beide reinhauen zum Beispiel kann sich das mit nichts kombinieren ich glaube nicht nein klar ja das muss man natürlich dann noch ein bisschen schauen ich geh mein Inventar ist voll geht's denn ja eigentlich weg keine Ahnung ich bin irgendwo hingegangen versteh wie das ist man geht einfach so seine Wege findet Erze und geht dann den Erz entlang immer den Erz entlang Ah da ist er weg oder einfach den Bündchen vollen man einfach ne Kräbisch was ist der Abzweig dann oben noch ein Abzweig zwischen deiner und meiner Seite meine und deine was ist das das war wieder Titanium vom Abzweig vom Abzweig kann man das noch mal auf der anderen Seite einfach wieder runter läuft muss er vorab liegen jetzt sind Tesla Lied und so wichtig ist sie eigentlich alles zu hoch naja wir schon so viele Kurven und Ecken und das ist die Bahn wechseln ja weil du am Anfang halt nicht runter buddeln kannst weil immer irgendwas im Weg ist was du nicht abbauen kannst aber wenn man dort sieht ist man schon am Ende du musst halt alles hier rum nicht gehen wir bauen auf jeden Fall eine größere Kiste Gold sollte klappen oder? ja wenn man alles wechseln geht da ist die Kohle aufgegangen da hat der Ofen natürlich nichts gemacht da hat er sich gelacht da hat er gelacht leck mich doch da ist man schmeißt das ja immer irgendwo raus ist die Kiste voll was ja so drehen wir eine zweite Kiste was du nicht alles willst wäre ja schon mal nicht schlecht wenn man alles reinkriegt ähm mach so mach so jetzt hast du ja ein ein so da dieser Typ wir haben es ja jetzt einmal nicht so würde ich bei eh nur noch mal da ist man da hängt auch noch da hängt auch noch frisch eine Wechsel ich habe wieder Haufen Lootbacks ja dann auf ein gutes Gelingen also wir haben eine neue Schiene und wir haben Haufen Schmatter Schmatter ähm obwohl ich hab schon Helm wir haben noch ein Eimer und Poller und irgendwelche Vans und das ist auch so es ist einfach aus ach so meh hab du 100.000 Kissen hier rumlegen wenn das Protected Wand das ist auch cool den kannst genau wie kannst du das wieder ein Protected or a click to protect or unprotectable so während ich hier gleich am verreckten bin scheiße sehr gut was ist ein E-Quell was ist ein E-Quell Key ähm ist gleich ist gleich ist gleich wo wollen wir nicht gleich ne entweder das links von der 1 ne oder halt ähm ist plus ja plus ist ich hab schon Angst für ihr habt ich hab ihr Protected und dann muss man das wieder entprotecten können irgendwie das kann man dann nutzen beim E-Quell etwas in Luft die Augen was ist denn das also ja heißt ja ich will es ja plus wenn man so in der Art schau wie schön das aussieht mit dem Eisen was 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 na also also so wir könnten schon mal umstellen auf advanced Dings kann man in den Kontrolls reingehen und dann können wir sagen Inventar sagen wir advanced Inventar setzen wir auf E und das normale auf R ja und dann sind sie eigentlich ähm Kontrolls ah Wahnsinn kannst ja suchen naja wie und dann haben wir nur Inventar oder was Inventar und dann hast du einmal advanced und einmal so mal Sight Inventory Key Open Closed Inventory was genau AC Wär's besser was also braun auf den Kisten dafür naja was ist denn ein Non-Key jetzt gibt's keine Non-Key mehr ok ok nehm dann gibt's gar nicht hä ok bei mir ist Minecraft abgekackt ich mach mal Pause so Leute das ist immer wieder ähm gab'n Crash ich komm' nicht mehr auf den Server ich komm' ganz weine von unserem Inventory ein wir schauen uns dann mal den Fehler an nur genau wenn wir mal schauen was los ist wenn wir halt Fehler finden und dann sehen wir uns bei der nächsten Ausnahme Session wieder genau wenn es wie heißt Headkräfter und Mistkäfer im Nichts von der 1 sind 2 genau bis dahin viel Spaß und tschüss Leute tschüss bis